Wenn der Mond aufgeht und der Oberschein auf dem Platz, da muss ich immer wieder an dich denken und was ich dir alles zu verdanken habe. Wenn ich heimgekommen bin, mitten in der Nacht und alles war ruhig, wenn du nichts hörst, außer einen, der auf einem von den Banken im Park schnarcht. Oder schon in der Früh, wenn es nicht mehr lange dauert, bis der Zug aufgeht und wenn es schon gut riecht, weil das Brot schon aus dem Ofen ist in die Bäckerei. Und wenn die Tauben schon wach sind und schon mal dumm fliegen. Und die Bauern schon angefangen haben, die Stadeln aufzustellen und was sonst nirgends siehst, außer ein paar übelgebliebene Vermieter. Manche sagen, du feinst. Aber ich hab dich immer mögen, genau so wie du bist. Und eigentlich find ich dich sogar schön. Und du warst immer da, wenn ich gebraucht habe. Und nicht nur für mich war es da. Ich kann mir gar nicht zählen, wie viel du geholfen hast. Ganz besonders im Winter, in der Nacht, wenn es Arsch gehalten war. Da haben sie bei dir einen Platz gehabt, egal woher sie gekommen sind. Drauf hast du nicht geschaut. Sogar die Tauben hast du mögen, hast du es immer um den Rumpf spazieren lassen auf dir. Und auch wenn sie gebundert haben, das war dir nicht gestärkt. Aber jetzt soll es auf einmal schlecht sein. Nur weil sie da ein südteres Bier verkaufen will, bei einem Tier, wo früher das macht, auch war. Wie wollen die wegräumen, anreißen, in einem Museum stand, zwangspensionieren. Weil du passt jetzt auch nicht mehr her. Das wird immer schlimmer, da. An der paar die Bürotürmen stellen, sonst wie ich den keiner verbraucht. Einen Dachboden nach einem anderen bauen sie aus. Heute Häuser, die restlichen überall, damit sie braucht, sind sie neu für deine Wohnungen. Alles Eigentum, ganz eh kaum wer leisten. Und holf uns noch unser Geld rein. Millionen sind es schon. Den Platz, da Platz, da Platz, da Platz, wenn er nichts Besseres einfällt. Jetzt kommst du auch noch weg. Dabei bist du das letzte alte, was du dich dann brauchst. Jetzt bist du auch da am Platz, jetzt bist du auch da am Platz und zu machen. Hab gesehen, von wie vor, aber die beiden, die muss man nicht umgekaut haben. Aber die kommen auch noch da. Also ehrlich gesagt, wir rechnen. Und ich hoffe, die werden sie noch einmal anschauen. Ja, ich hoffe, dass sie sie noch einmal ehrlich anschauen werden, die Bogopatien. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.